Das ist schon mal nicht schlecht. Warum habe ich jetzt wieder so Frame-Einbrüche? Warum habe ich Frame-Einbrüche gerade wieder gehabt? Wie weit sind wir denn jetzt mit ihr? Bekannte. Wahrscheinlich können wir nochmal mit ihr irgendwie so ein bisschen plaudern. Danach tun wir mal so verabschieden. Denn, ja jetzt habe ich total die Zeit hier vergessen. Was ich eigentlich machen wollte. So ein Scheiß. So. Konzert spielen. Gucken wir mal, was wir das schon machen können. Was sagt denn hier eigentlich? Oh, unser Hahn dran lässt, äh, zu wünschen übrig. Mit einem Vampir an, Freund. Ich glaube, es hakt. Schauen wir mal. Boah, Hygiene geht runter. Hahn dran geht drunter. Oh, oh. Das ist schade, dass wir das nicht, äh, einblicken können. Das ist echt schade. Das ist etwas, das würde ich, ähm, echt mal gerne machen. Aber, na gut. So, wenn wir zu Hause sind, benutzen. Dann, ähm, verdorbenes Essen aufräumen. Äh, machen wir uns mal leckere Spaghettis. Wenn man das hier macht haben, dann gehen wir duschen. Techtelmechtel können wir sogar, äh, mittlerweile schon so ein bisschen auswählen. Es war jetzt noch grau hinterlegt, weil der Stiles nicht da ist. Aber wenn der Stiles bei uns wäre, können wir mit dem jetzt sogar schon ein Techtelmechtel anfangen. Geil. Äh, so. Dann spulen wir das Ganze mal vor. Bin ich mal gespannt, wie das auch, äh, auf die Kunstunterricht. Wie heißt es doch so schön? Learning by doing. Gut, machen wir. Ja, da ist die Leistung ja gestiegen. Oh, ich sollte mal wieder normale Geschwindigkeit reinmachen. So. Ja, wenn wir auch das gemacht haben, dann müssen wir auch schon, äh, schlafen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lange das geht hier an so einem... Kommt zwischen 9 und 16 Uhr. An einem folgenden der Tag, also in den anderen Tagen wieder. Warten wir mal morgen für den Tag. Tja, da müssen wir leider arbeiten. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Das wird schon. Äh, äh. Aber das hier ist auch etwas. Die vielen Überstunden haben sich letztendlich ausgezahlt. Deinem Sim wurde... Hey! Ein bezahlter Auftritt angeboten. Ein Sim ist bereit, sich mit Auftritten die Taschen zu füllen. Bezahlter Auftritt. Wo denn? Das ist Vitamin B. Das ist, äh, Bundeswehr. Ich seh dat hier nirgendwo, dat wir hier so'n Gig mal spielen dürfen. Das ist bestimmt auch geil, hier hinten so'n Haus. Wie sieht das denn hier aus? Geil. Das sieht auch geil aus. Das Haus hier. Das gefällt mir. Na, liebe Leute. Sieht da echt nicht schlecht aus. Das muss ich mal so sagen. Gefällt mir. Ist dat hier nur... Aha. Na, mal gucken hier. Mhm. Das ist aber hässlich. Echt schick. Oh. Schade, ich seh nicht mehr, wer hier wohnt. Naja, gut. Wir wohnen am ganz anderen Ende. So. Auf jeden Fall sind wir in unserer Karriere natürlich schon richtig, richtig weit gekommen. Was natürlich übelst geil ist. Ja. Muss man mal so sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das allen für sich so schaffen. So, was machen wir denn, wenn wir hier... Stoppelt, stoppelt, stoppelt. In zwölf Stunden müssen wir wieder arbeiten. Äh. Computer-Immobilien kaufen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was mit Immobilien haben. Was haben wir denn hier? Journalismus. Nein. Rathaus besichtigen. Nein. Polizei. Da wird halt wohl ja nicht sein. Da wird halt auch nicht sein. Alter Pia. Hm. Schade, ich hab vielleicht gedacht. Gruselhaushalt. Landgraf. Hm. An- und Pferdtausch. Hier wohnen wir. Da geht es auch nicht weiter. Hm. Medizin. Ja, tätowieren lassen. Haha. Maniküre, Pediküre, Maniküre, Pediküre mit Hand und Fußbarte. Ja, das können wir auch mal machen. Nee, da. Darf ich echt mal nicht vergessen, nachzugucken, wie das hier geht. Damit der Scheiß hier wegkommt. Wupp. Okay. Okay. Nein. Okay. Was ist das denn hier eigentlich immer für eine? Oh, wir müssen, ähm, die füttern. Dann sind wir bald wieder einen toten Fisch. Alle Objekte in diesem Container in das Inventar. Ja, aber das bringt mir doch nix. Hm. Essen wir Müsli. Müsli, Müsli. Miam, Miam, Miam. Äh. Oh, scheiße, wir müssen die Zeitungen mal hier recyceln. Das ist dringendst notwendig. Da kommt auch schon die nächste Zeitung. Werner! Der kleine Junge, also Werner. Werner! 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 Boah, auf so Cornflakes hätte ich auch mal wieder Bock. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. So, was machen wir denn dann? Was können wir denn noch für unsere Fähigkeiten machen? Gitarrenstar. Gitarrenstars müssen auf zehn Partys und Veranstaltungen in der Stadt spielen. Okay. Na, da kann ja noch was geben. Kochen, ja. Sind wir ja dabei, da zu verbessern. Hin und wieder mal. Müssen wir den hier eigentlich auch. Ja, machen wir das so. Wenn wir sowieso dann einmal draußen sind, dann... Äh, also raus müssen, dann können wir das auch so machen. Tja. Wir können auch nochmal ein paar Sims anrufen. Und, äh... Wird wir auch mal gucken können. Wir haben ja jetzt noch Zeit. Diesen Unterricht geben hier. Ich hoffe, wir können da auch auf Toilette gehen, obwohl das reicht eigentlich noch. Es ist noch nicht so viel weg. Ich hoffe, wir können da auch mal anrufen. Rufen wir sie nochmal an. Wir haben sie ja als Freundin verloren. Mh, das will sie natürlich sie wieder als Freundin haben. Weil, das kann man nicht mal alles aufrechterhalten. Telefoniert die noch? Vielleicht möchte sie ja auch mit in eine Band. Dass unsere Band was größer wird. So, dann gib denen mal Unterricht. Was haben wir denn, wir denn überhaupt, äh... In Kunst. Oh. Zwei. Ui. Ob wir jetzt da so eine große Hilfe sind, weiß ich aber auch noch nicht.